Wir haben jetzt noch als eine Möglichkeit der Behandlung für die Wirbel, die einzelnen Wirbel der Wirbelsäule, eine Massage mit Johanniskrautöl, dazu beginnen wir hier im Kreuzbleibenbereich, decken soweit die Kleidung schon mal mit dem Kaderienpapier ein, so dass nichts auf die Kleidung kommt, bringen das Öl auf unsere Hände, damit sich das ein bisschen anwärmen kann und von da aus dann sich verteilen lässt auf den Körper und hier ölen wir quasi die Wirbel in eine kreisförmige Bewegung, die von unten nach oben führt, ein. Wir haben dabei die Hand mit dem Öl in der leichten Flörung, so dass wir immer wieder eintauchen können, neues Öl raus holen und auf die Haut, auf die Wirbel verteilen. Oben an der Herzwirbelsäule angekommen, machen wir eine Art herzförmige Bewegung und verteilen und bringen das Öl gleichmäßig auf den gesamten Rücken. Gehen dann von unten nach oben in einer Bewegung und bringen das Öl auch in einer gesamten Bewegung Öl von hier unten nach oben verteilen. Ziehen mit den Daumen die Wirbel entlang, können dabei auch tasten, wie die Wirbel stehen. Und parallel dazu mit den Händen können wir wieder das Öl über die Haut des Lippens verteilen. Dann können wir hier oben beginnen, die Wirbel entsprechend einzuölen und auch zu korrigieren. Je nachdem wie geübt wir mit dem Daumen sind, was für ein Gespür wir entwickelt haben während der Arbeit. Für den Stand der einzelnen Wirbel sind wir auch darüber, über einen ganz leichten Druck in der Lage dem Wirbel zu zeigen, wo sein optimaler Platz ist, sodass wir von einer kleinen Korrektur so sprechen können. Ab und zu können wir auch nur eine Seite, rechts oder links drauf reichen und dann wieder über die Mitte, seitlich entlang der Wirbel den Energiefluss des Körpers anregen. Sowohl über die Daumen, die wir seitlich der Wirbelsäule führen, als auch über die Fingerspitzen. Durch das langsame, kontinuierliche Wiederholen dieser Bewegung kann sich die Muskulatur immer tiefer. Und so können wir von unten nach oben immer ein bisschen höher die einzelnen Wirbel ansprechen. Wenn wir einmal den Kontakt aufgenommen haben. Das ist schön, wenn wir einen Rhythmus finden, mit dem wir in gleichmäßigen Bewegungen den Kapha Masien. Die Dämpfe, die das Öl anregen. Öl ausstrahlt, wirken auch auf den Behandler. Das heißt, manchmal ist es ganz sinnvoll, nicht den ganzen Tag langes Krautöl zu benutzen, sondern auch anregende Öle mit Weisch zu mischen, damit man nicht selbst schon in der Mittagszeit reingeschlafen ist. Oder Orangenöl, etwas, was ein bisschen belebend wirkt, wie lange man diese Massagen macht. Jetzt noch ein bisschen auf sich selbst achten, da man unmittelbar den Lämpen ausgesetzt ist als Behandler. Wenn ich spüre, die Verspannungen, die ursprünglich vorhanden sind, beginnen die sich aufzulösen. Das ganze Gewebe ist gut durchblutet und die Massage kommt zu ihrem Abschluss. Dann lasse ich eine Hand auf dem Rücken, nehmen die andere, um das Seidenpapier aufzutrauben. Ich spreche dann mit der feinen Hand das Papier auf dem Rücken, lasse unten drunter noch auf die zweite Hand und klappe dann entsprechend das Papier so um, dass das Öl mit dem Papier in Reaktion treten kann. Dann nehme ich eine Decke oder ein Handtuch und wickele den Patient quasi, bedecke ihn leicht. Ich gehe leicht damit und lasse meine Hände nochmal auf der Hirnhöhe und auf der Herzhöhe ruhen, um die Wärmeentwicklung, die sich einstellt, zu unterstützen. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass meine Behandlung zur Heilung und zum Wohlbefinden beiträgt. Und diese kleine Ruhephase ausnutzen und vielleicht auch noch eine kleine Entspannungsmusik im Hintergrund laufen zu lassen. Je nachdem, wie ich meine Praxis organisiert habe, kann ich jetzt auch nochmal die große Wolldecke über den Patienten ausbreiten. und ihn so mit der Musik, die ich vorher angestellt habe, fünf bis zehn Minuten oder auch länger, vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten nachruhen lassen. Vielen Dank.